1. K.O. Runde Viertelfinal Wenn die Rukosujeva-Lobkow bereits ihre Qualifikation für die 2. Runde erreicht haben, richten wir das Augenmerk. Neben Rukosujeva-Lobkow die Russen auf das junge deutsche Paar Susanne Krause und Thomas Rösler aus Rosenheim, die erst seit Ende 1995 im internationalen Geschehen sind. Und sie haben hier in dieser Runde, wo ja noch keine Höchstschwierigkeiten erlaubt, sind durchaus Möglichkeiten, das starke russische Paar zu schlagen. Links also Krause-Rösler und rechts Rukosujeva-Lobkow. 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 Zweite K.o.-Runde, das Halbfinale. Hier sind jetzt Schwierigkeiten wie Doppel, Salty, Schrauben erlaubt. Und da gibt es gleich eine starke Paarung am Anfang, eine starke Konkurrenz für Iveta, Powolno und Radim Holusa mit den amtierenden Europameistern. Birgit Hartmann und Peter Fenkel, die rechts im Bild sind, aus Offenbach. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Weiter geht's mit dem spanischen Paar Monika Martinez und David Philipp, die Nummer 21 der Weltrangliste. Und sie tanzen gegen Jelena Rokosujewa und Václav Lobkov. Das sind die dritten der letztjährigen Weltmeisterschaft und die ersten der Weltrangliste. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Michaela Vetscherova und Roman Kolb wieder nicht am Start. Sie waren auch bei der ersten Station der Masterserie in Paris nicht dabei. Warum, das weiß man nicht so genau. Es gibt einige, die sagen, da kriselt es, da stimmt die Chemie zwischen den beiden nicht mehr. Andere behaupten, er würde wegen einer Rückenverletzung pausieren. Na ja, Fakt ist, das Fehlen der beiden entschärft natürlich die Turniersituation. Aber auf der anderen Seite macht es auch Motivation für die Paare, die danach kommen, die vielleicht hin und wieder eine Chance haben, so auch mal nach vorne zu kommen. Wie die russischen Paare, die ja sehr stark waren und gerade in den letzten Turnieren durch überzeugende Leistungen, ihre Ambitionen demonstrierten auch mal nach vorne zu kommen. Jetzt die vorletzte Paarung, Clarice Solbet und Mikael Anguera, die für Kanada starten, gegen Susanna Kordakova und Peter Kordatsch, Trainingsgefährden der Weltmeister, auch aus Prag kommend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Angelita Angelita Gezeigtes Programm von beiden Paaren, da dürfte die Entscheidung etwas schwerer fallen, aber sie fällt zugunsten Kordakova-Kordatsch mit 5 zu 2 Stimmen aus und auch sie im Finale. So, und jetzt kommt das Paar aus Italien, Daniela Koza und Riccardo Tesarin aus Turin, die waren mal 1987 Weltmeister und belegen momentan die Nummer 7 der Weltrangliste. Sie waren im letzten Jahr in Basel übrigens Dritter und das ist ein russisches Paar, das sehr viel Ambition zeigt. Vielen Dank. 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 Kordakova. Kordakova Peter Kordatsch aus Tschechien nun mit ihrer Fußtechnik. Kordakova Peter Kordatsch aus Tschechien. Kordakova Peter Kordatsch. Kordakova Peter Kordatsch. Die beiden aus Tschechien sind eigentlich immer im Finale. Wenn sie am Start sind, sie tanzen solide, aber so ein bisschen fehlt da der Schwung, fehlt da die Ausstrahlung und es kommt nicht ganz der Funken ins Publikum rüber. Jetzt Dinara Petredinova und Andrei Bardanoff mit einer neuen Fußtechnik. In Paris waren die beiden zu schnell, da tanzten sie 53 Takte pro Minute. Das gab Punktabzug. Hier tanzten sie zwar in der richtigen Taktzahl, aber irgendwie wirkte das Programm doch noch nicht ausgereift. Elena Rukosujewa und Vlatschiskov-Lovkov, der 34-Jährige mit seiner 17 Jahre jüngeren Partnerin Elena. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hohe Kicks sind gefragt in der Fußtechnik. Der Kickball-Change ist ja der Grundschritt des Rock'n'Roll und der darf nicht aus dem gestreckten Bein, sondern muss aus dem Oberschenkel kommen. Und eine, die das besonders gut kann, ist Brigitte Demenga, die jetzt mit ihrem Partner Claudio Tambini kommt. Die Jurastudentin, die nur 1,55 Meter groß ist, die hat wirklich Feuer in den Beinen. Achten Sie mal auf die Kicks. Die sind so hoch geschwungen, dass sie bis zur Nasenspitze des Claudio kommen. Und ab und zu ist es schon mal vorgekommen, dass die Brigitte ihren Partner im Training K.O. gesetzt hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 K.O. gesetzt hat. Also bei ihr ist es wahrhaftig so, dass das Gefühl für Rhythmus, für Rock'n'Roll-Takt von den Rezeptoren des Innenohrs bis über den Bauch hinweg zu den Zehenschwitzen reicht. Birgitte Hartmann und Peter Fenkel, sie haben viel an ihrer Fußtechnik gearbeitet, nachdem klar war, sie können die Weltmeister nur schlagen, wenn sie sich verbessern auf dem tänzerischen Gebiet. Und sie haben viel getan, haben eine witzige Choreografie einstudiert. Und sie wollen endlich ihr Ziel verwirklichen in diesem Jahr, nach viermal Vize-Weltmeister endlich Weltmeister werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Birgitte Hartmann und Peter Fenkel haben wieder Freude an der Fußtechnik gefunden, wenn es hier auch nicht ganz so synchron lief. Und die letzte Paarung, Irina Tretiakova und Oleg Kustov, auch zwei, die große und starke tänzerische Akzente setzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Finale Akrobatik, zwei Minuten, es sollen mindestens sieben Akrobatikteile getanzt werden und das Tempo ist hier bei 1. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das lief gut an bei Koza Tesserin mit dem Doppelsalto vorwärts und rückwärts, aber dann dieser Hänger beim Kretsprung, da fängte sie unsauber auf, da gibt es ein Stopp und das wird sie in der Wertung natürlich zurückwerfen. Kordakova Kordatsch, sie wollen nur einen Doppelsprung zeigen, sind nach dem Sturz von Susanna im letzten Jahr, als sie sich beim Doppelsalto eine Gehirnerschütterung zuzog, vorsichtiger geworden. Und haben Schraube, Rotationsfiguren drin, auch einfach Salty und ein Doppelsalto vorwärts. Schraube, Rotationsfiguren drin, auch schraube,zi Gucci. Untertitelung des ZDF, 2020 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 die Dritten der Weltmeisterschaft und die Dritten der Europameisterschaft. Die Trainingsbedingungen in Russland sind schlecht, die finanzielle Unterstützung vom Verband Mager und so leben die beiden und trainieren vorrangig in Deutschland und wohnen dann auch bei Freunden. Die Trainingsbedingungen in Russland 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Bei Ihnen fehlen die Höchstschwierigkeiten. Ihre Stärke, Ihre Stärken sind und bleiben die ausgeglichene harmonische Paardarstellung. Die beiden, die erst seit 1994 zusammentanzen, hier mit einer hochgeschwungenen Schraube von Brigitte. Und Birgit Hartmann und Peter Fenkel, sie sind das Paar, das das stärkste akrobatische Programm zeigt. Vier Doppelsalte, gleich am Anfang der Betarini, der Doppelsalte rückwärts von der Schulter aus und dann nochmal ein eingestiegener Rückwärtssalte und auch vorwärts. Vier Doppelsalte 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 Erstklassige Darstellung von Birgit Hartmann und Peter Fenkel. Übrigens, um solche Leistungen zu erzielen, sind Trainingseinheiten von zwei bis drei Stunden fünf bis sechs Mal die Woche notwendig. Und die Kondition für ein solches Zwei-Minuten-Programm ist durchaus vergleichbar mit der eines 800-Meter-Läufer. Das letzte Paar, Irina Tretjakova und Orlek Kustov. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Alle Paare, die beim Masters teilgenommen haben, es waren 45 am Start aus 14 Nationen, 7 haben das Finale erreicht, Weltklasse in der Basler Messehalle im Grunde. Nescafé Frappé präsentierte Rock'n'Roll im DSF.